Es ist der größte Terroranschlag seit dem 11. September 2000. Der Polizei und Bundesgrenzschutz haben nach Plünderungen in vielen Großstädten Stellung bezogen. Alles, an das wir geglaubt haben, alles, auf das wir vertraut haben, alles, was wir gelebt haben, gibt es nicht mehr. Das ist nicht Beirut oder Bagdad, das ist die Fußgängerzone von Rostock. Bürgerkrieg in den Straßen. Radikale auf dem Vormarsch. Deutschland droht die Spaltung. Jetzt zählt der Mut jedes Einzelnen. Wir nehmen unser Schicksal selbst in die Hand. Benno Führmann, Marie Bäumer, Thomas Kretschmann, Anja Kling, Katja Riemann. Wir rufen die demokratische, sozialistische Republik Mecklenburg-Vorpommern aus. Die Götze. Das TV-Event, das Deutschland spaltet. Am 15. und 16. März in Sat.1.